Das digitale Infrarot-Ohr-Thermometer 3 in 1 von Beurer, geeignet für die ganze Familie. Das Ohr-Thermometer FT55 misst in sekundenschnelle Körper-, Oberflächen- und Umgebungstemperatur. Dank der schlanken Messspitze erlaubt es eine sehr sanfte und sichere Messung im Ohr. Nicht nur bei Kindern eine enorme Erleichterung gegenüber herkömmlichen Thermometern. Nach wenigen Sekunden erscheint der Messwert auf dem extra großen Display. Gewissheit über den Gesundheitszustand liefert der integrierte Fieberalarm. Leuchtet die LED rot, ist die Körpertemperatur erhöht. Bei grünem Licht ist alles in Ordnung. Für seine einfache Handhabung wurde das Beurer Ohr-Thermometer mit dem Plus-X Award für Bedienkomfort ausgezeichnet. Mehr als nur Fiebermessen. Das Ohr-Thermometer FT55 von Beurer. Das Ohr-Thermometer FT5 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 von Beurer.